So, also, Schwarz muss anfangen. Ja, Weiß muss warten, bei Go. Ich, 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 es ist so viel Auswahl. Lustig, Konzentration. Ja, drauf. Nicht in mein Feld. Wenn ich schneller spiele, kannst du dich nicht so sehr konzentrieren. Ich versuche jetzt ein bisschen Druck aufzubauen. Das wirkt aber nicht. Verteidige ich erst mal mein Torwart hier. Ja, okay. Der ist jetzt weg, oder? Ja. Den klaue ich dir mal. Den habe ich verloren. Aber ich glaube, es sieht trotzdem schlecht aus für mich. Also, eigentlich geht es darum, dass jeder eine Hälfte und ein bisschen mehr für sich gewinnt. Du hast jetzt gerade zwei hintereinander gelegt. Also, du musst auch ein bisschen auf mich warten. Ich brauche ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ich weiß, wie du gewinnen kannst. Ich sehe es noch nicht. Ich weiß, wie du gewinnen kannst. Wie denn? Einstein. Aber wohin? Ja, das sage ich dir eigentlich. Wie? Ja, jetzt hast du doch gewonnen, oder? Das stimmt. Dankeschön.